hallo und willkommen zu einem neuen video von the sound file aus den amazing sound studios und wir verlassen die studios heute gleich wieder und sprechen über südfrüchte bananen genau gesagt eigentlich um was was wir alle aus der live beschallung kennen und zwar diese sogenannten lautsprecher bananen die jeder kennt also line arrays das in erster linie und über linienschallquellen in zweiter linie ja was hat es damit auf sich warum komme ich drauf warum mache ich das zum einen möchte ich euch zwei grundsätzlich unterschiedliche prinzipien darlegen wie lautsprecher funktionieren können und zum anderen euch mal ein bisschen entführen in die welt der beschallung und vor allem weil es da auch so ein prinzip gibt was sich so durchgesetzt hat was jetzt alle leute machen weil man es ja so macht und vielleicht ist das gar nicht unbedingt immer toll und möchte das auch so mal so bisschen hinterfragen die ganze geschichte wir gehen aber mal von vorne an die ganze geschichte ran wenn wir einen lautsprecher haben dann kann man ja erst mal sagen der ideale lautsprecher ist unendlich klein also alle frequenzen kommen zeitrichtig also ohne versatz zueinander aus einem möglichst kleinen punkt nur dann kann ich gewährleisten dass auch wirklich alles schallanteile gleichzeitig an meinem ohr ankommen so dass ich wirklich tolles räumliches lineares klangbild habe gehe ich jetzt in die beschallung kriege ich so ein bisschen ein problem was vor allem mit dem druck abfall zu tun hat also das heißt wenn ich so eine punktschallquelle habe dann hat die im idealfall eine sphärische also eine kugelförmige ausbreitung nach vorne hin zumindest und ich habe einen schalldruck abfall von sechs dezibel pro entfernung verdoppelung das bedeutet wenn ich also seine punktschallquelle habe im konzert dann habe ich ist es vorne sehr laut und hinten dementsprechend leiser dann habe ich noch das problem dass ich häufig mehrere systeme zusammen klastern muss weil ich nicht genügend schallpegel hinkriege beziehungsweise lautsprecher haben ja auch das problem dass sie einfach eine gerichtete abstrahlung haben also nicht so 180 grad machen und nicht den kompletten frequenzbereich abdecken was passiert jetzt wenn ich zwei lautsprecher chassis nehme und die einfach sagt okay pass auf ich habe jetzt hier ein chassis und das bringt mir nicht genügend dampf ist nämlich noch ein zweites chassis und stelle das daneben ich nehme also zwei lautsprecher um einfach den pegel zu erhöhen und das gibt eine pegel verdoppelung tatsächlich funktioniert aber nur dann einwandfrei wenn der abstand zwischen diesen beiden chassis kleiner ist als die halbe wellenlänge ansonsten kriege ich kampffilter effekte das heißt ich kriege auslöschungen und ich kriege überhöhungen und das ist auch noch vom winkel abhängig macht also alles überhaupt keinen spaß und das bedeutet auch wenn ich jetzt sage kleiner als eine halbe wellenlänge bei abstand von einem meter zum beispiel zwischen zwei lautsprecher chassis würde die ganze geschichte mit der pegel verdoppelung nur unterhalb von 170 hertz funktionieren ist also einigermaßen schwierig wenn ich den 16 kilohertz ton zugrunde lege müssen die beiden lautsprecher einen abstand von höchstens einem zentimeter haben wird also einigermaßen schwierig selbst wenn ich hörner habe ist es so dass die oft nicht so akkurat sind ihrer abstrahl charakteristik dass ich die beliebig nebeneinander stecken kann auch wenn die vom winkel her passen ist also einigermaßen komplex die ganze geschichte um das zu umgehen macht man sich ein weiteres phänomen zunutze und zwar dass der linienschallquelle die geht nicht davon aus dass wir einen unendlich kleinen punkt haben also punktschallquelle sondern eine unendlich lange pulsierende linie soweit die theorie bei einer unendlich langen pulsierenden linie erreichen wir keine sphärische sondern eine zylindrische wellenfront die vor allem zu den seiten hin eine größere ausdehnung hat als nach oben obwohl er unendlich lang ist natürlich auch unendlich und vor allem hat sie pro entfernungsverdoppelung nur noch einen pegel abfall von drei dezibel statt von sechs das heißt ich komme also wesentlich weiter mit der ganzen geschichte das funktioniert jetzt natürlich nur in unserem physikalischen ideal was wir nicht erreichen können aus zwei punkten oder aus zwei gründen der eine pulsierende linie als lautsprecherschassi gibt es nicht und der zweite aus nachvollziehbaren gründen unendlich lang geht halt auch nicht irgendwie so eine linienschallquelle ist bei uns in der praxis immer endlich lang und muss deswegen mit ein paar kompromissen leben letzten endes bei den lautsprechern sieht so aus dass linienschallquellen eigentlich immer mit einer anzahl von punktschallquellen realisiert werden das ganze ist einigermaßen komplex weil im tieftunbereich geht es dann noch da hat man acht zoll oder zehn zoll lautsprecher die aneinander gekoppelt sind so und bis zu einer frequenz arbeiten wo diese koppelung noch funktioniert wo ich also eine lineare eine sogenannte kohärente wellenfront erzeuge im hochtunbereich funktioniert es nicht mehr da wird mit unterschiedlichen mitteln gearbeitet nämlich meistens mit hörnern gibt es auch hörner mit zu führungskanälen die dafür sorgen dass quasi ein chassis ganz viele kleine punktschallquellen hat die dann letzten endes so dicht aneinander sind dass ich diese kohärente wellenfront erhalte und dann sind wir beim klassischen heutzutage line array das heißt ich habe ganz viele so kleine lautsprecher die ich untereinander hänge um eine linien schallquelle zu halten wenn ich also die anbindung der einzelnen lautsprechersysteme mit dementsprechend geschickten hörnern oder waveguys oder ähnlichen maßnahmen gelöst habe als hersteller so dass meine verschiedenen elemente wirklich eine kohärente zylindrische wellenform absorbiert habe ich ein weiteres problem aus dem ich nicht so leicht rauskommen nämlich dass ich eben keine unendlich lange linie habe sondern ein endliches array und das sorgt dafür dass ich nicht unendlich weit dieses sphärische wellenfront habe das heißt wir unterscheiden zwischen einem nahfeld und einem fernfeld und das bedeutet im nahfeld funktioniert diese zylindrische wellenfront und im fernfeld wird die aber zu einer kugelförmigen wellenfront das problem ist aber dass dieser übergang von nah zu fernfeld frequenzabhängig ist das heißt also im hochtonbereich ist der später als mittel und tiefströhnbereich das bedeutet je weiter ich weg gehe von diesem line array umso höhenlastiger wird mein sound weil die höhen nach wie vor zylindrisch abgestrahlt werden und das gilt auch wieder nur on axis weil eben in der ferne der abstrahlwinkel zu den höhen auch schmäler wird das bedeutet also je weiter ich von diesem line array weg gehe habe ich ein entweder höhenreicheres glammbild wenn ich auf achse bin wenn ich zur seite gehe wird es aber baslastiger ist also ja nicht so ganz einfach diese ganze geschichte die lösung ist das curving das heißt ich nehme dieses line array und mache eine banane draus also ich winkel das nach unten an und das bedeutet einerseits dass im hochtonbereich in der ferne der abstrahlwinkel breiter wird und andererseits dass dieser radius vom nah zu fernfeld im hochtöhnbereich abnimmt das bedeutet ich kriege also eher ein lineares frequenzbild im fernbereich hin letzten endes bedeutet das dass wir im hochtöhnbereich an jedem platz theoretisch nur ein element hören und im tieftonbereich das ganze array oder die ganze linie problem ist das muss sehr sehr genau auf den abhörort abgestimmt werden das heißt also da gibt es genügend programme oder programme der einzelnen hersteller wie das berechnet wird dass man wirklich sagt okay für die venue brauche ich so und so viele elemente die ich mit dem und dem abstand curven kann so dass das letzten endes zu einer gleichmäßigen schallverteilung in diesem kompletten venue führt dann gibt es sehr sehr viele von diesen herstellern machen dann zusätzliche maßnahmen um zum beispiel auch den höhen abfall auf die entfernung auszugleichen da werden also zusätzlich noch frequenzen korrigiert über dsps und so weiter und deswegen sage ich auch line arrays tolle geschichte besonders für große venues weil sie uns wirklich erlauben über relativ weite distanzen ein gleichmäßiges frequenzbild zu erzeugen sie sind aber nicht so ganz unproblematisch in der anwendung man muss also sehr genau wissen was man tut und sie haben auch sagt zum beispiel die firma kv2 ein paar maßgebliche nachteile weil man in der ferne auch immer auch in der praxis mehr als ein element hört und dann letzten endes auch kampffilter effekte bekommt kv2 sagt sogar dass die temperatur bei großen konzerten einfluss hat weil oberhalb des publikums einfach die temperatur wärmer ist als weiter oben und da laufzeit differenzen entstehen würden ob das stimmt weiß ich nicht aber es gibt eben durchaus kritik an line arrays und kv2 audio macht zum beispiel so dass sie wirklich nur punktschallquellen bauen mit analogen verstärkern wo die meisten line hersteller wirklich heute massives dsp processing in ihren anlagen drin hat was ich ja immer auch so ein bisschen skeptisch sehe wie die meisten wissen so dsp kann gut sein kommt darauf an wie es realisiert ist also für mich ist es immer so in vielen vielen venues hat man hervorragende ergebnisse mit line arrays aber ich bin so immer dagegen dass jedes kleine club wenn ihr heute auch schon mit line arrays beschaltet wird wo ich mir überlege ob man sich dann nicht mehr probleme einfängt als man gut macht damit also bei einem 1000 mann club tut es eine gute punktschall quelle meiner meinung nach auch ich bin gespannt wie ihr das seht was eure erfahrungen sind an verschiedenen punkten auch in einem konzert und last but not least will ich auch sagen es gibt tatsächlich auch im studio bereich leute die auf punkt auf linienquellen setzen mir fällt da gerade nur ein lautsprecher ein der da wirklich konsequent ist und das ist die linemaster von ks digital das ist also wirklich auch eine linienquelle die einen ähnlichen ansatz verfolgt nämlich mit relativ großem abhör abstand also wirklich auch mal drei meter und mehr die eigenschaften eines nahfeld monitors zu erreichen ich bin gespannt ob jemand mit der linemaster erfahrungen hat und wie ihr das seht mit der situation mit line arrays im live bereich schreibt gerne in die kommentare bis zum nächsten mal bleibt uns treu tschau 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 Soundfile